hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felderland so jetzt bin was ist mit dem feld soll ich das anfangen zu ernten oder nicht ja ernte mal in der zwischenzeit fahr ich dann hoch zum ja zum stefan bei dem anderen mit gras der ist ja noch am ernten ich möchte aber dich dann noch dass du mit mir mich zum feld begleitest und den drescher holst weil der drescher brauchen service und der blaubeer wollte jetzt zu dir ein hof kommen um da den service vom anhänger und so zu machen wo geht es da überhaupt ich habe keine werkstatt ist aber ein auftrag an jürgen gegeben aber der hat bis jetzt noch nicht ausgeführt gehabt darum ja dann muss ich mir noch telefonieren ok wollte der hätte ich auch anrufen er wegen gps und frontlader anbau ach so ja oder wir fahren jetzt einfach mal zu deren hof vielleicht wartet er da schon können wir machen so dann fahren wir los bis später so dann gucken wir mal ob der björn dann schon am hof ist oder nicht verbrauchen hallo ja wir haben glaube ja hallo gerade habe ich an dich gedacht doch ich bin auf hof 4 ja ich habe gar mit dem diesel gesprochen der hat gemeint dass der schon seit längerem an den jürgen den auftrag verteilt hätte dass der da eine werkstatt hin baut aber das hätte er noch nicht gemacht gut das weiß ich allerdings nicht oder hast du werkzeug dabei und kannst es trotzdem machen nie habe ich nicht aber ich nehme dann den kipper mit zu mir hoch besteht ja glaube ich hier ne den bringe ich gerade ist sogar das gelber joskin gut dann nehme ich den mit hoch zu mir mit dem pressure müssen wir mal gucken wohl je nachdem wo ihr den stehen habt ja im moment noch bei mir am hof unten am feld 109 oder du fährst mit mir kurz dann runter der der anhänger hat bisschen zeit weil den drescher den bräuchten gleich wieder wir müssten ernten ja dann fahr ich mit jetzt zu deinem hof kein thema dann stelle ich gerade nur den anhänger hier kurz ab servus servus also ich stelle ihn kurz ab und dann den müsstest du schon nachher mitnehmen ja gut dann nehme ich den nachher mit und dann fahr ich schon mal rüber zu seinem hof das ist glaube ich auch mal ein anhänger oder denke ich doch mal warte mal den gucke ich mir doch auch gleich mal an ob der auch ein service braucht könnte auch sein jeder hat noch ein bisschen wenn ja wolltest du mit dem traktor fahren ich kann auch immer im case fahren ne fahr mich mal runter zum drescher dann kannst du den nehmen alles klar weil sonst erwarte so steig ein soll ich dann hänger hier mitnehmen nee warte kurz jetzt los weil ich hole dann den drescher der björn macht gleich den service unten ja und dann nehmt er den anhänger mit hoch zum sich und macht den service dort alles klar wenn deine sehmaschine hat laut meinem bordcomputer auch im service nötig ach nee ja dann kann er da auch gleich drüber gucken dann habe ich aber diese woche einen haufen geld ausgegeben ja glaube ich 32 40 140 140 000 oder so das geld hätte ich gerne mit den schreiner zu holen ich bin am überlegen ob ich oben noch ein fahr geradeaus fahr geradeaus mal der drescher steht an 109 und ähm ich bin am überlegen ob ich noch die nächsten wochen kahlschlag mach im wald dann im wald und dann den harvester verkauf okay guck mal blüht auch schon dann ein bisschen was von deinem haardinkel hä der glüht auch schon ein bisschen was von deinem dinkel auf ja ist halt doof dieses mal auch beim letzten mal wo ich auf der 109 angedrillt habe die mitte war noch ein bisschen was zu tun der rest war schon am blühen aber noch nicht so krass dass es beschädigt worden ist was man mit dem stroh machen weiß ich auch noch nicht vielleicht kann der schmidt der stefan der sein ladewagen mit dem doppel ja 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 für dich ja 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 würde ich dir vorbeibring sagen was soll die kosten ja komm gibst du mir 500 und dann ist der dropsy lutscht jo muss ich gucken weil ich hab grad du musst noch auf den service machen okay soll ich dir die dann auf dem hoch stellen oder wie sieht es aus jo gerne ich zahl dann sobald es geht jo jo also ich weiß nicht vielleicht reicht es die woche noch mal gucken ja mal gucken ja mal gucken gut danke dir ja dann bring ich die dir vorbei okay tschüss 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 das ist so schnell geklappt hätte ich gar nicht gedacht soo gut dann ähm treasure 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 zum hof und dann ah selmaschine auch ey das wird nie was niemals werden das vielleicht reichen die 3000 nicht mal mhm einfach einen haufen zeug zu tun ey kommen wir da gar nicht hinterher so n j j j j j j j j j Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist denn da noch aufgeklärt Servus Hi Hi Volker Warum geht das Ding hier jetzt nicht weg So und nur den Drescher oder auch das Schneidwerk Schneidwerk auch bitte Warte ich mach grad Sehmaschine weiß er schon Volker Mit dem Service Geht so Ja Ich vermute nur Mir geht das Geld gleich aus So noch ein bisschen runterlegen Abschmieren und da abschmieren Ansonsten strecke ich dir noch was vor Volker So kein Problem So dann fahr ich den auf die Seite Dann win holst du die Sehmaschine Jo Ja so ist es halt gell Wenn man nicht aufpasst Dann hat man ganz gleich mal einen Wartungsstau So ganz schnell geht das heutzutage Ja aber wir machen grad auch einen Haufen Zeug Muss ich echt sagen Ja Also grad ist extrem was Arbeit angeht Alter Fahr mal ein bisschen vorsichtiger Hat ja ein Fahrstil drauf Ist mir klar weshalb die schon wieder einen Service braucht Oh Gott Warte mal ich mach die Kamera noch ein bisschen sauber Geht ja nicht hier Die hat aber gelitten bei der letzten Aussaat Ja wer das wohl war So 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 Fertig? Jawohl Gut Was kriegst du denn noch? Ach jetzt will das Tablet nicht angehen hier Mann 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 Ne ich hoffe mal ist es nicht feucht geworden Nein Ich krieg noch 500 Ei Warte mal Guck mal ob ich ein bisschen Machen wir 400 Und dann Nein 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 Ich Ich guck mal ob ich ein bisschen in Dispo gehen kann Wo hast du 500 noch Volker? Nee Äh Björn Ja Tschüss Äh Ich finde dein Konto gar nicht Muss mal grad die E-Bahn angucken Ah jetzt Ah ja komm Ne geht nicht Ne tut mir leid Kann ich in Dispo gehen Ich überweis dir mal 400 Alles klar Aber ähm Weißt du was? Ja Eine Palette Grünfelder Äh Pilze ist auf dem Weg Ja Ja Machen wir so Kriegst dann ein Kist Kistchen noch mit oder so Machen wir Kein Thema Die ist zwar auch noch nicht bezahlt Aber ist nicht so wild So Ja So Vin Du wolltest Bandladanbau Preis wissen Und GPS Ne Ja Gut Danke euch Ne Äh Ich fahr dann zum Feld Diesel Mach das Ciao Aufpass die Polizei steht vor dem Tor Hab ich gesehen Ich fuhr gerade rückwärts wieder zurück Ach die sind auch wieder tief Mann 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 Gut Ciao Dann nehme ich die andere Ausfahrt So Also wir sind absolut Ähm Pleite würde ich mal sagen Naja da vorne stehen sie Ich sehe sie schon Gut Aber das wichtige ist Wir haben jetzt den Service gemacht Das heißt Dann steige ich doch gerade mal aus Gucke ob der Blinker auch geht Sie scheinen mir nicht zu folgen Die warten wohl eher auf den Diesel Oder auf den Bier Gut Also Der Service hat uns ein bisschen Pleite gemacht Ähm Wird sich hoffentlich nächste Woche wieder ein bisschen regulieren Wenn der Dinkel Wenn ich den verkaufen kann Oder den Mohn Oder die Steaks Müssen wir mal gucken Also wir haben ja eigentlich noch genügend Zeug rumliegen Was ich diese Woche nicht gemacht habe Ist Kredit Rückzahlung Machen wir einfach nächste Woche Wird schon passen Aber in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like Abo Schaut morgen wieder rein Und bis dahin Macht's gut Tschüss Wie geht es denn jetzt? Wird schon Tschüss Wird schon